Mensch, läuft doch. Sehr gut und sehr elegant. Gefällt mir sehr gut. Was mich immer wundert ist, dass der auf Anhieb weiß, was er zu tun hat. Ja. Ja, 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 gut. Und bevor wir das machen, nutzen wir die Gelegenheit und nimmt schon die Truhe mit, wenn wir schon hier eine haben. Bin mal gespannt, müsste es in die Katakombe nicht extra Geld geben? 250? Oh, komm, geht. Geht. Das ist gutes Taschengeld. Haben wir unten noch was? Nö. Was ist denn jetzt weiter? Jetzt habe ich nicht aufgepasst, verdammt. Moment mal. Ja, du? Ach hier, alles klar. Sehr gut. Ja, ich habe es gesehen. Ist in Ordnung. Ja, ich merke mir sowas immer nicht, dass es kurz seit Gedächtnis. Es selektiert schon stark bei mir, muss ich zugeben. Und... Hier noch vielleicht irgendwas? Hä? Ach hier. Manda, die Tür. Pass auf, während ich nachschaue. Von wegen leichte Aufgabe. Ich sagte doch, wir hätten nicht kommen dürfen. Wenn ich etwas höre, renne ich zum nächsten Wachposten. So wahr mir Gott helfe. Okay. Das riecht mir nach einem kleinen Wettrennen. Und... ...nach der Aufgabe, ...dass ich die Kollegen hier umbringen muss. Ohne entdeckt zu werden, im Idealfall. So, jetzt sind wir schon mal ein, zwei da unten. Müssen wir mal zusehen. Müssen wir mal rausfinden, wo die Patrouille hier sind. Super, jetzt geht er da hinten hin. Okay, offensichtlich rennt der da hinten noch nicht sofort weg. Ach, Junge. Komm, 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 komm. Okay, das dauert ein bisschen länger. Der hat... ...hat auch eine etwas... ...habe ich ihn jetzt erwischt? Ja. Ich war mir für einen Moment nicht sicher, wer ich jetzt wen erwischt habe. Aber das... ...ja, das lief doch ganz gut. Saverio! Ich komme mit mehr Wachen zurück! Ja... ...muss einen Ausweg finden, bevor er mich tötet. Ah. Mein Freund, ich sag's wie es ist, es könnte knapp werden für dich. Ich hoffe, ich krieg den jetzt überhaupt. So, die Klingen habe ich schon mal eingesteckt. Fack. Natürlich. Ja, natürlich. Wut. 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 Wo ist der denn jetzt lang? Das treffe ich gerade nicht, wo ist der denn jetzt? Wo ist der denn jetzt hin? So. Ach. Ach, da ist er ja. Schneller! Schneller! Er. Er. Ich glaube, ich bin entkommen. Ja, jetzt aber. Schneller! Ah, okay. Ich bin lieber gleich hier lang. Es erschien mir so offensichtlich. Es erschien mir so offensichtlich. Ja? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Meine Klinge ist bereit für dich. Seid. Wir werden angegriffen! Wachen! Ja, sehr gut. Ist auch für die Klinge. Sehr gut. Sehr gut. So, und da stehen wir jetzt auch schon wieder vor dem... ...vor dem nächsten Rätsel. Was ist das denn? Ah ja. Ja, okay. So, die Tür öffnen. Das wird mir von hier aus wohl eher nicht gelingen, muss ich zugeben. Hm. Ich schau mich um. Oh. Oh, no, 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 no. Sehr gut. Sie haben mich nicht gesehen. Ich vermute mal, das wären die Wachen auch gewesen. Äh, auf dir. Et benedictio Dei Omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti, des Zendat Supervus et Maniat Semper. Grazie, Padre. Bernardo! Alles da. Schwerte, Knüttel, Äxte, Rüstung, Bögen. Unseren Leuten wird nichts fehlen. Das Geschenk ist wohl die Zustimmung des Papstes. Er gab der Aktion seinen Segen. Solange niemand getötet wird. Für den Duomo morgen früh ist alles bereit, Signore. Der Köhler ist gelegt, auch wenn es nicht leicht war. Sein dummer Bruder ändert ständig die Pläne. Si. Wir müssen aufpassen, damit Giuliano morgen auch aufsteht, um in die Kirche zu gehen. Was ist denn, Jacopo? Glaubt ihr, dass sie etwas ahnen? Unmöglich. Die Medici sind zu arrogant oder zu dumm, um etwas zu merken. Wahrscheinlich beides. Unterschätze unsere Feinde nicht, Francesco. Oder hast du schon vergessen, wie dein Sohn umgebracht wurde? Dieses Mal gibt es keine Überraschungen, Maestro. Ihr habt mein Wort. Sehr gut. Ich sollte dann los. Ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich nach Rom zurückkehre. Meine Herren, morgen scheint eine neue Sonne über Florenz. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Okay. Oh, den Sakophag öffnen. Moment. Boah. Immer noch diese Typen. So. Sieh dir die Statue an. Sie ist identisch mit dir in der Villa Auditore. Du hast wohl eines der Assassinengräber gefunden, von denen Ezios Onkel sprach. So sieht es aus. Da wir nun den Eingang kennen, markiere ich die Orte mit Gräbern in der Datenbank. Also, mehr kommt nicht. Okay. Da kann man ja weiter kommentieren. Ich hatte ja ursprünglich eigentlich vorgehabt, das erste in der nächsten Aufnahme zu machen, damit ich diesen... den Namen dann googeln kann. Aber das kann man ja auch immer noch machen, wenn wir dann... ähm... in der Villa sind und da hättest du wahrscheinlich irgendwas einsetzen müssen. Boah. Leichenflatterei. Unangenehm. Weg. Könntest du wenigstens dieses Akophag auch wieder zumachen. Wirklich. Also, weiß Gott. So. Haben wir jetzt noch hier nicht wohl übersehen? Nee. Und die Kunstzwerke, die lassen wir auch alle hier drin. Sehr gut. Das klingt vernünftig. Das tut so richtig gut im Auge. Es ist mittlerweile viertel vier Uhr morgens. Da ist so ein weißer Bildschirm, wenn es dunkel ist. Äh, richtig schön. Doch, ja. Doch, kann man sich öfters antun. Eine schöne Netzhautverbrennung. Hm, schön. Bitte, bitte zwei davon. Einmal einpacken. So, was sagt eigentlich die Zeit? Äh, ja, komm. Fünf Minuten müssen wir vielleicht noch. Wenn man das hier eine runde Sache wird. So. Okay. Dann würde ich sagen, dann haben wir erstmal unsere Informationen, die wir brauchen. Und wissen, wo sich zumindest Francesco morgen befinden wird. Ich weiß, wo und wann ich Francesco finde. Aber... Was ist denn? Ich habe etwas gehört. Sie haben Waffen, genug für ein ganzes Bataillon. Sogar der Papst unterstützt sie. Das ist typisch für Sixtus, aber... Das ist typisch für Sixtus, aber... Was zur Hölle planen sie? Ich konnte nichts Genaues verstehen, aber es geht um die Medici. Und es beginnt morgen früh am Duomo. Die Medici gehen dort alle zur Sonntagsmesse. Gemeinsam mit fast ganz Florenz. Sie werden es genau während des Hochamtes tun. Doch das gibt mir die Gelegenheit, in der Masse unterzutauchen. Nah ran zu kommen und alles aufzuhalten. Wenn Sie Erfolg haben. Wenn wir Lorenzo verlieren und Florenz an die Pazzi fällt. So weit wird es nicht kommen. Ich verspreche es. Ich hoffe, ihr behaltet Recht. Ah, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden das schon hinkriegen. So. Ich vermute mal, das ist das... Das Schiff. Von unserem Wolpe. Ah, verdammt. So viel ist es dann doch nicht. Ich dachte, wenn wir schon ein Boot ausrauben, dann wird es ein bisschen mehr sein. Denkste. Natürlich nicht. So, die Frage ist, wie verfahren wir jetzt weiter? Lohnt es sich jetzt noch, auf die nächste Mission zu gehen oder eher nicht so? Ich würde sagen, eher nicht so. Wir suchen jetzt uns noch dort oben diese, ich vermute mal, Feder. Die ich da gerade eben noch am Blick getabe. Und dann, äh... Joa, soll es das auch schon gewesen sein. Na, wir sind... Wir sind schon wieder ein ganz schönes Stück ver... Nicht so schnell, Ochse! Boah, das... Das... Hättest du mal lieber nicht laut gesagt. Ähm... Was wollte ich jetzt eigentlich? Ich wollte eigentlich einen Abbot machen. Bevor dieser Dödel mich aufgehalten hat. Ähm... Und rüber? Nein! Nein, nicht so... Nicht so, du Vollhorn. Oh, bitte. Ich glaube, dass die hier wenigstens hoch... Ja, Gott sei Dank. Wenigstens das. Ähm... Also nochmal von vorn. Ähm... Werden uns... Ja, doch... Werden uns wahrscheinlich vom Dach abseilen müssen. Beziehungsweise... Herablassen müssen. Joa, also wie gesagt, wir sind gut vorwärts gekommen. Also wir haben jetzt mittlerweile schon, ähm, den... Ich möchte mal sagen, Manager-Modus von unserem Dorf, äh, begonnen. Und, äh, sind ja zumindest in der Lage schon mal Geld zu produzieren. Das ist schon mal eine feine Geschichte, muss ich sagen. Ansonsten... Wir haben dazugelernt. Wir haben Waffentechniken dazugelernt. Wir haben, ähm... Wir haben die Familiensicherheit gebaut. Gut, das haben wir das letzte Mal schon gemacht. Aber haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir dort bleiben. Haben immerhin Stadtmauern zur Verfügung. Was uns... Durchaus helfen wird. In der nächsten Zeit. Davon ist jetzt einfach mal auszugehen. Joa. Und dann würde ich sagen, ähm... Francesco Piazzi... Äh, ne, Francesco Pazzi... Wird uns wahrscheinlich dann erst in der nächsten Folge dran glauben müssen. Aber genauso wird es dann auch werden. Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich bis dato. Und wünsche euch noch einen traumhaften Abend. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es dann wieder heißt. Let's Play Assassin's Creed. Und, kleiner Hinweis nochmal. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und ich würde mich natürlich auch wahnsinnig über Kommentare freuen. Ja, so... Ich nehme mir noch die Zeit. Ich lese das. Man soll es nicht glauben. Aber ich nehme mir die Zeit. Buona sera. Ja. Buona sera. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Sikowski.